Okay, ich schreibe Lovely eine Nachricht. Hi mein Lovely, hast du Lust vorbeizukommen? Ich würde dich gerne schminken und heute kannst du dich mal auf meinen Schoß legen. Ich lag nämlich letztens auf dem Schoß bei Edda und es war so gemütlich. Hast du Lust? Ich hoffe, Lovely hat Zeit und Lust. Wo ist mein Tee? Hier ist mein Tee. Sehr gut. So. Oh, Lovely kommt. Oh mein Gott, ja. Perfekt. Hi. Oh mein Gott. Hi my Lovely. My Lovely. Wie schön, dass du da bist, my Lovely. Heute mal in einer neuen Perspektive. Ich freue mich so, dass du Lust hast, dich heute bei mir auf den Schoß zu legen. Ich lag nämlich letztens auf dem Schoß bei Edda und es war so gemütlich und ich habe mir einfach gewünscht, dass du auch Lust hast, dich mal auf meinen Schoß zu legen. Und ich habe mir gedacht, ich schmink dich einfach. Hast du Lust? Ja. Ja. Okay, perfekt. Ich schaue mal kurz in meine Tasche. Ich habe diese Tasche übrigens neu. Eine Love is Love Tasche. Mit deinem kleinen Herzchen, ja. Nee. Da ist sie da. Hast du einen bestimmten Look? Wünschst du dir irgendwas Bestimmtes? Ich würde sagen, ich starte ja so mit den Haaren. Wie wäre es mit einem... So einem kleinen Daily, ganz normal Daily Look. Vielleicht mit so ein bisschen Lippenstift oder so. Mit so einer knalligen Farbe. Ich schaue einfach mal. Lass dich überraschen. So schön, dass du da bist, mein Lovely. Also lehn dich zurück. Hörst dir gemütlich hier bei mir auf dem Schoß. Es ist so bequem für dich. Ja. Perfekt. Perfekt. So. Alle deine Haare aus dem Gesicht. Ähm. Schau mich mal dran. Ich könnte noch kurz einmal, bevor ich dich schminke, deine Augenbrauen zupfen, okay? Ja. 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 Perfekt. Ja. Perfekt. Das reicht schon. Perfekt. 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 Oh mein Gott! Ich verteile das ganz vorsichtig auf deinem Gesicht. So, ich werde jetzt diese Make-up machen. Ich glaube, schau mich mal an. Ja, das müsste genau deine Farbe sein. Das wird passen. Champagner. Perfekt. Okay, ich tue das auf das Gesicht, okay? Perfekt. Perfekt. So. Das ist der Silly Sponge. Der Silly Sponge. Gut, dass du mich darauf hinweist, dass es kein Silly Sponge ist. Das ist einfach ein Schwamm. Genau, das nennt sich Schwamm. Also, werde ich das jetzt vorsichtig alles mal verdopfen. Schön verdopfen, verdopfen, verdopfen. Die Augenringe des Todes sind einfach spurlos verschwunden. Perfekt. Perfekt. Und jetzt gibt's noch so'n kleinen, so'n kleinen Special Eyeshadow. Moment, ich guck mal. Hier ist schon der Lippenstift, falls du möchtest. Ich hole auch schon mal den Mascara raus. Pinsel. Ja. Perfekt, das müsste passen. Sehr gut. Erstmal dein bisschen. Eyeshadow. Eyeshadow. So'n richtig cooles Bürstchen hier. Eyeshadow. Okay. Okay, ich werde das jetzt ganz vorsichtig. Einmal auf deine Augenglieder schmieren und dann werde ich das mit einem kleinen Pinsel verblenden. Okay. Einmal Augen zu, mein Lippli. Augen zu, mein Lippli. Oh mein Gott, das steht dir so gut. Du bist wunderschön. Du bist so, so wunderschön. So. Und noch mal Augen zu. Sehr gut. Perfekt. Perfekt. So. Warte mal, wo ist denn jetzt der Pinsel? Ich bin doch für total Banana. Ah ja. Sehr gut. Ein Mermaid. Mermaid Pinsel. Also einmal Augen schließen. Wow. Wow. Schönbrit. Like a diamond. Sie sind so schön aus. On the underside of Ich dachte mir, ich mach dir für einen kleinen Glow-up, mach ich dir, ihr kannst es sehen, das sind so ein kleiner Highlighter, Highlighter-Beans, kleine Highlighter-Beans, Highlighter-Beans, das ist so ein kleiner Highlighter-Beans. Okay, 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 okay. Okay. Wow. Wow. Perfect. Und ein bisschen Highlighter, 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 Highlighter. Und ein bisschen Highlighter für dich, mein Liebling. Okay. 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 Pretty, pretty, pretty. So, ich glaube... Ach ja, genau. So, Lippenstift und Mascara haben wir noch. Erstmal ein bisschen Mascara. Okay, mein Liebling. Okay. So. Jetzt einmal am besten runterschauen. Ja. Richtig gut machst du das. Okay, mein Liebling. Okay. 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 Und unten noch einmal ein bisschen. Und andere Seite. Und unten. Perfekt. Ich glaube, ich habe alle Wimpern erwischt. Alle Wimpern erwischt. Perfekt. So. Und hast du dich entschieden? Möchtest du lieber so eine Lippenpflege oder Lippenstift, so wie ich? Hast du Bock auf Lippenstift? Okay. Okay, okay. Dann bekommst du den drauf, den ich auch gerade drauf habe. So. Schau dir mal bitte diese krasse Farbe an. Oh mein Gott. Bist du bereit? Okay. Eichel smut. Wow. Die Farbe steht dir so gut, mein Lovely. Verteil das mal vorsichtig. Ein bisschen. So. Auf den Lippen. Ja. Also wirklich, ich glaube, wir haben alles, oder? Da fehlt dir noch etwas mehr, mein Lovely. Es hat mich so toll gefreut, dich zu schminken auf meinem Schoß. Falls du Lust hast. Falls du Lust hast, noch mal auf meinem Schoß zu liegen, sag mir einfach Bescheid. Ich wünsche dir einen wundervollen Tag. Und eine gute Nachtschlaf. Und eine gute Nachtschlaf richtig gut, ja? Warte. Ich glaube, ich glaube, ich glaube, du hast da noch ein bisschen Puder. Ich werde das nochmal kurz auf deinem Gesicht verstreichen, okay? Okay. Ich habe dich sehr lieb. Und ich freue mich schon, wenn wir uns bald wiedersehen. Ich bin so froh, dass ich dich kämpfe. Perfekt. Sehr gut. Ich hoffe doch schön, dass Lovely da war. Jetzt habe ich Lovely gar nicht gefragt, ob ich Schluck Tee möchte. Was bin ich denn für eine olle Freundin, sag mal. Ich glaube, es hakt beim nächsten Mal. Beim nächsten Mal bekommt Lovely Tee. Definitiv. Ich habe es.